und damit herzlich willkommen zu einem weiteren spieletest heute spielen wir spacelords gucken was es schönes bringt ich hoffe viel feuerkraft und los geht's ja wohl erste mission als raider dann wird man mal die erste runde probieren was passiert wenn wir ganz unerfahren ist in den kampf stürzen mission wird gestartet ja wohl ja 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 jetzt ja 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 yep ne 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 jawohl das sieht doch mal gut aus das kann ich hier machen fliegt es einfach eine luft drei zwei eins kommt rüber auch von der bombe reingerannt ich weiß ja noch nicht so wirklich was hier gerade das ziel ist aber einfach mal wild drauf ballern so ich habe keine munition mehr zack zack alle dich hier wohl wieder munition gekriegt zack silvester knaller jawohl ich gehe hinterher zack er hat doch nicht ohne mich ab hier passiert mehr nichts jawohl mitkommen sie gewonnen so oops zack zack so erstmal in deckung hey fuck scheiße nein doch manchmal wieder heruntergefallen es gibt es doch nicht kann man nur so dämlich sein alba ich muss weg ich muss weg ich muss weg auch faktor konnte ich jetzt auch irgendwie nicht mehr klar und das könnte ich mich so an alter verfickte scheisse alter das ist so krank gerade alter ich dachte das wäre nicht so schwer so ich bin wieder am leben einfach drauf zack 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 unerledigt hallo da hoch will ich ich will da hoch verdammte scheiße man nicht streben leck ich da im arsch sind nur mit der steuerung los hier hallo immer das tritt der klettert das kotzt mich so an ja wohl alle wieder zurück erst mal sicherheit mal gucken was wir uns jetzt erzählt wie gut wir waren gar nicht so schlecht geschlagen würde ich sagen für die erste runde hey take it easy big guy who's in charge here you I'm in charge okay boss you owe me a fortune how do you plan to pay me join us help us destroy the man that did this to you just as soon as you compensate me for my losses and I wouldn't take too long about it either or I'm gonna take everything I can find the value around here so mit dieser aggressiven schluss szene war es das für heute ich hoffe ihr habt spaß beim zusehen ich fand das spiel ganz lustig obwohl es dann zum schluss echt schwer wurde aber ich glaube wenn man da bisschen drin gespielt hat fuchs muss ich da auch rein also ist empfehlenswert steuerung beim klettern oder über irgendwas drüber rollen hängt es manchmal ein bisschen aber ansonsten ist es ist geil machen auch die belohnung auf und dann ist schluss die 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 die